Und ich wäre dankbar, wenn man aufhören würde, mir vorzuschreiben, wen ich zum Freund haben darf und wen nicht, und besonders, wenn einem nur seine Hautfarbe missfällt. Tja, das ist doch der älteste Trick in diesem Spiel. Die Farbe der Haut sei ohne Bedeutung. Sie ist das Wichtigste. Von grundsätzlicher Bedeutung ist sie. Jetzt kannst du schlafen. Und morgen früh machst du ein Geständnis. Die Lage ist nun mal eine andere. Die jungen Burschen, die zum Gewehr greifen, bringen etwas mehr Mut auf als die alten Männer, die ins Gefängnis wanderten. Aber an welchem Punkt geht Gewaltlosigkeit in Gewalt über? Ich denke manchmal, dass selbst Gandhi nicht versteht, wohin seine Aktionen ausüfern. Haben Sie doch Mitleid, euer Ehren. Haben Sie Mitleid mit einem Unschuldigen. Haben Sie Mitleid. Sieh mein Gesicht an. Es ist nicht das eines Hindus oder Muslims. Es ist das Gesicht eines Mannes, der im Gefängnis war. Wer einem Inder vertraut, der muss doch nicht mehr alle beisammen haben. Oben an der alten Nordwestgrenze, wo man nichts nach Paragraphen regelt, wo man mit den Fäusten entscheidet, da bin ich am Platz. Ja, ich weiß das. Historisch gesehen haben wir eine moralische Verpflichtung. Moralische Verpflichtung? Um Gottes Willen, Sergeant, Sie sind mittlerweile zwei Jahre hier. Ich habe knapp drei Monate gebraucht, um es als verschwendeten Aktivposten abzuschreiben. Ruiniert von verschwenderischen Burschen der Ober- und Mittelschicht, hierher kam er um ihre Wichtigkeit durchs Land zu bringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017